so dann brauche ich jetzt noch mal eine extra einladung wasser schon ja okay dann komme ich jetzt also scheine ich schmeckte moment kurz hier einem alles kaufen so jetzt geht es los ist kumpelhose verhandlungen noch gottchen kumpelhose verhandeln Nihau. Komisch, den Mr. Cheng mal nicht auf Drogen zu sehen, irgendwie. Zwei Autos bereits, wir haben da selber eine Autos. Wahrscheinlich müssen wir Missionsautos nehmen, Kev. Schade, warum darf man nicht eigene Autos nehmen? Du hast doch eben bei Arena wohl schon gemerkt, das Spiel will nicht, macht das, was du willst. Ne, ich hasse mich, ja. Vor allem mein normales Auto steht einfach mal direkt vor mir hin. Ja, wie alter am Wort. Eieieiei. Du darfst bei dem Treffen keine Waffen benutzen. Granaten. Da muss ich wohl aus dem Spiel gehen. Ich bin eine Waffe. Gott. Eine anal Ogewaffe. Gott. Warteabend. Wo seid ihr denn? Hinter dir? Ich sitz bei dir im Auto. Ich sitz bei dir im Auto. Komm, Baby, ich weiß nicht, wer dazu ist. Noch einer von euch. Ja, ich sitz bei mir im Auto. Ja. Ich sitz bei mir im Auto. Ich sitz bei mir im Auto. Ich sitz bei mir im Auto. Ja. Ich sitz bei mir im Auto. Ja. Oh, Alter. Guck, wie kann ich denn hinfahren? Da sind sie abgeworfen. Ich war, ich war gerade kurz auf zwei Rädern, ey. Oho. Also die eine Lumousine sieht irgendwie besser gerade aus. Ja, jetzt nicht mehr. Das bist aber du gerade. Ich fahr nicht. Ich fahr das, ja. Er hat das schön abgedrängt. Ich war so schön wieder dran an dir. Vor allem abgedrängt. Du hast versucht, mich zu drehen. Du hast dich dabei selber drehen. ich bin normal gefahren du bist so rübergezogen genauso schön in die wand gedrückt so wenig wie der dinge wie der thomas am dienstag einfach schön in die wand gedrückt da hilft das spiel einmalig mit und fuck mich ab und da machst du das alter die dinge haben aber auch ein link radios von 0 und schwerfällig also das macht natürlich einen guten eindruck beim geschäfts ja ich kann nicht dafür dass die dinger sich einfach mal müll lenken lassen ich weiß es klappt nicht ganz ich wollte hoch er wollte hoch ich wollte da rein ich habe die weinberge hochgefahren ich habe die weinberge durch ich habe quasi bis das gelände getestet mensch die wagen sind voll gut aus hilf deinem team den guck wo ist das heute abzuliefern ja weil ich vor mir mal ernsthaft ich will überfahren weißt du anstatt dass du einfach mal kurz wartet dahinter parkt weißt du nein der fällt mir die tür ab weißt du die kacke sind schon zuerst ich musste davor der gelbe punkt war vor dir nein nein war er nicht war er nicht das war absichtlich du wolltest mich überfahren ich einfach nur mit übelster maske alter ich muss dringend mal ein neues outfit anziehen nö doch das passt überhaupt nicht auch ich hab damit kein problem sieht ein bisschen aus wie der sadomasusklappe den wir uns herziehen schade dass es keine pipefelswasser gibt ich bin einfach der sicherheitsdienst der immer verrecken tut Enrico hat sich uns unterworfen das ist doch richtig nein ich bin ein kerl aber er darf eine waffe an dahin oder was das war sicherheits wo ist meine waffe du hast keine ich bin jetzt nämlich auch schwarz angezogen also Enrico wenn du nicht weißt wo deine waffe ist dann mach ich mir Sorgen meine ist nur grad nicht sichtbar ha 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 ja in der hose was hast du jetzt gesagt ach ja jetzt hast du eine waffe sondern von wir dürfen wir jetzt wochen benutzt nein warum lauf ich erst mal der können wir mich tun ja ich kümmere mich darum schießt das war daneben ich habe ja meinen ich habe ja schon unser sklave ist echt zu gebrauchen hat doch die kommt von rechts über die treppe irgendwie da kommt noch ein heli pass auf diesmal aber und dann stirbt der war komplett auch nicht jetzt habe ich ja das ist der zweite jetzt so also ja 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 bei der pilotes raus der hat sich getroffen ich habe den piloten raus geschossen ein bisschen weil die frage ist wo da kommt noch auf jeden fall eine ganze menge an leuten man muss auch noch kommen auf jeden fall da vorne jetzt das tod da kommt noch genug also ein rekordreich unsere ganze teamleben aufgebraucht was war das war eins schalter den rest der waffen auf aus auf der waffen sondern waffen ausschalten wir machen sie hat der du geübt die geschützungsregel Was ist das? Ich glaube, wir haben sie fast alle. Eine noch. So, da kamen sie, jawohl. Da passen wir noch nicht alle rein. Ja, Leute, ihr müsst noch bedenken, dass da auch die beiden noch rein müssen. Ach so, ihr wollt ein Jeep da nehmen. Warte mal. Weg da, ist meine. Der kann drauf zugreifen. Ich, ich. Richtig, zurecht, zurecht. Zurecht. Ja, fahr mal lieber. Fahr mal lieber so vernünftig, dass ich hier die Leute ausschaut. Okay, weiter, komm. Elis. Scheiß. Auf jeden Fall. Einer schon weg. Pass auf vor uns. Ich weiß. Zweiter weg, Piloten. Wofür uns. Warte, oder? Ja. Warte, fuck. Wo bist du denn? Du bist halt mit Telefon was gefahren, ja. Ja, und hinter uns war der Helikopter, der hat mich gerade eingedrückt quasi. Ich weiß, der ist runtergekommen, ich habe aber die Piloten rausgeschossen, deswegen konnte er nichts machen. Ich bin selber schon auf der Autobahn. Brücke. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es schon dort. Naja, wir haben alles. Also Helik von uns sind gerade keine mehr. Meine Fresse, ey, die NPC gehen wir auf den Sack. Er zerstört sie einfach. Ich habe, dafür habe ich die Dinger an. Das ist jetzt geschützt hier. Schöner Porsche. Ne, in Audi war das. Ich habe beide in der Garage stehen, aufgetunt. Vorsicht, 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 Vorsicht. Leute, Leute. Vorsicht, 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 Alter. Was machst du? Herzhaft. Ich habe gerade... Mit der ganzen Mission ist failed. Wieso bist du denn rechts von der Leitplanke lang gefahren? In dem scheiß Auto. Ach, scheiß auf das Auto, fahr doch einfach rein. Weißt du, ich habe gerade eben meine Panzer um mein Leben aufgeladen, habe nur noch ein halbes Leben, die Panzer um komplett weg. Wir haben so überlebt, so gut. Zwar mit ein paar Knochenbrüchen, aber... Das wäre jetzt lustig geworden, wenn es die letzte Story-Mission gewesen wäre, der Teil aus der letzten Story-Mission, wo dann Trevor und so der Rest ankommen, die Chinesen hier wegschießen, weil das ist ja das Gebiet. Wenn du das quasi jetzt im Online-Modus auf der anderen Seite mit erlebst. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was wird das jetzt überbrücken, die Zeit, bis die nächste Miss Baker Mission kommt, weil Arena Wars hat bestimmt keine Lust mehr. Keine Ahnung. Die kommt immer drauf an, wie mich das Spiel mag. Aber ich kann auch Arena Wars starten. So, haben wir die jetzt durch die Missionen oder? Ja. Die Miss Baker Mission sind durch, oder? Nein, aber... Hat doch vorhin gesagt, das dauert immer, weil dann kommt immer... Miss Baker meldet sich wieder bei Ihnen zur nächsten Mission. Ja, da zuhlet cycle. Ja, das đi... Ja. Musik